Nö. Ich hab stehen, oder? Ich weiß nicht, ob der weiß. Ansonsten ist ein bisschen... Overkill. Eins gegen vier Schuhe sind schwierig. Meinst du, die spielen auf Explosive? Vielleicht die nehmen. Oder ich nehm die. Die mögen sie nicht. Nee, die mag ich nicht. Hör auf, die zu spielen. Du machst keinen Sch... Ich weiß ganz genau, welche du spielst. Ich hab dich nicht gesehen, ich weiß, wer du spielst. Zu 90% bin ich mir sicher, dass ich weiß, wer du spielst. War das die abfuckendste... Ja, okay, komm. Dein Ernst? Ich hab mich angesehen. Ja, ja, fett. Fotze. Wenn ich sie mit Doppel-T schreibe... Raus, die kommt. Was? Nein. Ja. Bist du jetzt bereit? Klotzzi, warum ist hier hinten ein Pieper? Die Glöckchen sind. Naja doch, weil es da rausgeht. Ah. Okay, ich dachte schon. Wie schlimm war das? Die Änderung gefällt mir von der Map. Ach komm, ich hab was. Ich glaubte nicht, dass das war. Die Änderung hat schon was. Ja, durchaus. Alter, wo kann man denn da Feuer machen? Ähm, Main Lobby, draußen. Dankeschön. Danke, dass du mir noch eine Chance gegeben hast. Ja, ich... Aber ich bin wirklich nicht durch die Tür gekommen. Ich hab die Tür nur angeguckt. Und ich hab auch nur Ja gesagt, weil ich dich falsch verstanden hab. Ich hab verstanden, dass du gerade gesagt hast, ich bin hier durch die Tür gekommen. Und deswegen hab ich gesagt, ja, weil du ja gerade hochgekommen bist. Und deswegen dachte ich, du meinst, dass du hochgekommen bist. Und deswegen hab ich Ja gesagt. Deswegen war ich voll verwirrt und bis ich gerafft hab, was du meinst. Ja, wo unten den Walldorf gemacht? Na, weil letzte Woche... Das gefällt mir jetzt nicht. Das war gegen meinen Plan. Letzte Woche haben wir ja die Nacht gespielt, wo statt der Treppe der Blumenkübel gestanden ist. Genau, der an dauernd an war. Wo ist denn dieses Scheiß... Feuer wieder an? Ah, ok. Mach nochmal an der selben Stunde das Feuer an. Weiß nicht, wo... Ich lad da doch irgendwo Geld. Den Kronen sprengen. Ja, ich nehm den eh gleich um. Vielleicht nehmt er dich zuerst um. Nee. Ich steh nur gleich. Komm! Ich weiß nicht, ob der weiß. Ich dachte leider nicht aufgefallen, dass ich gehackt hab, fällt dir das andere auch nicht auf. Komm, der soll jetzt noch ein bisschen... Das ist so ein Witter. Und dann auch noch so ein Witter. Du normal. Oh Gott, hätte ich jetzt mal lesen sollen? Oh mein Gott. Achso, ich dachte, das hast du geschrieben vor ich... Ah, ok. Nee, irgendwo laufen die durch den Pieper durch. Aber ich weiß immer noch nicht wo. Ich muss mir die Bank erstmal anschauen, wo geht's denn da hin? Was? Das reicht. Das will ich nicht machen. Wir haben doch die, die aufheben können. Ach ja. Oh ja. Das hat was rausgespült. Ja. Aus dem Fenster. Ja, das ist immer so verlockend. Hinter dir. Ja, ich weiß. Zu spät. Den Piekern gehörten, der nicht mehr fällt dir. Oh, nö. Ruhig. 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 Wo bist du denn da? Alter. Warum fangen wir denn Stamina an? Weil wir immer Stamina an haben. Ähm. Was ist denn das für ein Kamina? Wo kann man denn da hin? Und nen Tresor. Der letzte. Hinter dir, Glotzi. Danke. Danke. Ah, okay. So kommt man hinein. Interessant. Interessant. Die mögen die Klasse doch so arg. Neeee. Aber mit Siemens hab ich schon lange Polizei-Erfahrung. Darf man nicht endlich Siemens nehmen? Oder ich nehm den. Ja, okay, Siemens. Der ist ja noch asozialer. Will du dich schießen? Ich hab Asche auf meinem Tausender Tour. Die muss ich kurz wegmachen. Auf meinem Tausender Tour. Jetzt kommen hier wieder die Bots. Ja, das war grad zu anstrengend. Deswegen hol ich mir Hilfe. Ach, da draußen gibt's ja auch ATMs und so. Cool. Ich muss mal hingehen. Wo denn? Äh, da bei der Bar. Da hinter ist ein ATM. Äh. Die ganzen Spielautomaten. Mit der Taser-Tank. Kann einer von den Kaps jemanden gefallen tun und mal zu unserem Spawn gehen? Da steht mein Bot rüber auf so einer Asäule. Ja, Freunde, wenn du den mal runter schwingst. Ja, Freunde, wenn du den mal runter schwingst. Nö. Durch den falschen Aufzug gefahren. Egal. Du sagst, wenn du einen Sass hast, gell? Ich hab da solche. Ich hab hier wieder einen Sass auf dem. Oh. Nimm mal diesen Sass auf dem. Ey, warum kann ich den nicht abschießen, wenn der in der Luft ist, alter? Wie durch Löcher zieht der bitte aus? Kommst du vielleicht mal? Ja, ich hab grad den Bot noch erledigt. Den hier, den grünen. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Moment. Den hier. Okay. Kannst du mir jemanden zum Spawn gehen und meinen Botter töten? Ja, haben wir schon. Ne, der am Spawn steht. Nicht den. Wie rufen eure Spawn? Äh, da wo du hin rennst. Der mit der Mütze. Ach, da oben. Ich weiß, ob der hier Schaden gemacht hat mit seiner Treibpistole, ist da oben. Ne. Das war wieder dumm als ich. Damm. Da, 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 da. Kann der nicht mal wieder die Handfessel wegmachen? Na, ach, alter. Ach, nö. Lass mich doch nicht allein. Oh, ich dachte, der bringt Geld rund. Oh, jetzt hab ich erst gecheckt, dass es Krypto ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich grad zufällig was auf dem Tag. Ja. Neul. Doch auf dem Dach laufen, Bot wiederum. Das ist bestimmt kein Bot, sondern ein Klotz, die mit seiner komisch-schnellen Wolltust. Die spielt er ja so gerne. Alter, das war grad ein... Oh, ups. Ich dachte, ich lass Glotzi einfach mal machen, das sah so gut aus. Ich dachte, ich warte einfach mal, guck was passiert. Okay. 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 Okay.